Ich würde jetzt so spontan mal sagen, dass das hier jetzt gerade voll die Fehlerfolge ist. Wunderbar. Und so hat ein einsamer Wolf das gesamte Schloss erklärt. Das heißt, ich kann dich nicht mit so Hohen an. Yo, Zelda, wo bist du, meine Puppe? Ich kann dich nicht mit so Hohen an. Ja, wie ihr gerade hören konntet, war das nur was zu trieben. Der eure Welt noch retten kann. Prinzessin. Bitte euch. Was mit Captain Falcon, SunGovul und so. Oh mein Gott, naa. Da kommen... Over 9000... Jetzt müssen wir erst mal das Master Schwert kriegen. Ja, voll durch, Alter. Jetzt kommt wieder die ganze Kacke. Das ist doch schon nicht mehr interessant, Mann. Wie oft hat Nick schon was Maß erscheint? Ja, Mann. Lasst euch mal was Neues einfallen. Sei es ein neues Schwert, Mann. Ein neuer Stein. Ja, Mann. Definitiv das Geron-Schwert. Anstatt mal ein Feuertempel, mach mal... Ja, aber vorhin auf Teilen war es ja noch was Interessantes. Mach mal ein Resident Evil Labor. Ja, der Weg in die Zukunft. Die sollen mal anstatt irgendwie ein Feuertempel oder so sollen die ein gesamtes Resident... Das ist dann ein Chemikal-Tempel. Ja, die Umbrella-Compress. Das sind dann Zombies und so. Ja, genau. Er ist in der Gerudo-Wüste. Er würde sein Schwert schwingen und... Ja, so wie auf der Wii. Er würde nur noch suchen. Mitner... Almer. Almer wird geschaffen. Ja, ich hab dich gesagt. Michael, du hast Mitner gefunden. Er ist in der Gerudo-Wüste. Er hat sie jetzt, glaube ich, nur absolviert. Prinzessin Zelda ist ja später wieder da. Ja, nur... Ja, nur ich... Warte mal. Ich weiß gar nicht mehr, wie die da hinkamen. Die war auf einmal wieder da. Er wurde auf Tonette wieder geworden. Ja, mal eben kommen wir. Kopieren, einfügen. Die Story ist so lange gezogen, die wissen schon gar nicht mehr, dass Zelda überhaupt verschwunden ist. Ja. Kleiner Fehler. Also so in drei Monaten durch gegen die Spielzeit haben wir es immer noch fertig, ne? Ich hab eigentlich ne Möglichkeit gefunden, wie man die Spiele so hinauszögert. Ich auch, man macht anstatt ein 2-Minuten-Weg einfach ein Weg, der ne ganze Stunde läuft und ohne Gegner. Da gibt es eine Sequenz, die man nicht überspringen kann. Man kann sich irgendwie immer wiederholen. Wenn du in die Taste drückst, fängt sie von vorn an. Ja. Toll. Das ist jetzt eine Stunde... Ja, nicht eigentlich. Das ist dieses Schutzschild aus dem Pokémon, ne? Ja, Mann. Ja. Aus diesem Krypto-Labor. Ja. Das hab ich kaputt gemacht. Und was du dann festguckst, sieht's ja auch. Und irgendwie seht da auch nicht den Part, wo er rumgequeterred ist ne eben. Wie geht da, rastet aus... HIAAAAAAAAAAAAAAAAH! Und ballert immer... Dadä, mach' mal einfach die Kaioken bitte. Koiaken. Koiaken. Werd, mach' keiner. Was willst du? Komm her, was willst du? Komm her, was willst du? Komm her, was willst du? Ich mach kein Zunzen mit dem, komm her, ich mach kein Zunzen. Steh auf, jetzt steh auf. Hast du keine Eier oder was, komm her? Ich mach dich keine Eier. Sieh, diese ... Okay, warte, warte, wo muss ich hin, wo muss ich hin, wo muss ich hin, wo muss ich hin? Nein, 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 ich muss da. Schlaf mir weg. Oh. 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 Du bist mich nicht. Oh. 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 Ach, was mach ich eigentlich? Ich bin so blöd, ne? Ich kann mich drauf warten, Alter. Das hätte mir jetzt erst einer. Wo ist der Verborgene? Nein, da. Da ist noch nie so. Nein, Mann. Nein, Mann.